Wir kontaktieren auf B. Oh man, mir ist kalt. Ich muss hier dein Fenster zumachen. Yakuza, zieh dich doch mal an. Da ist einer, da ist einer. Ja, ja. Der hatte ich gesehen. Alley go. Alley go. Äh, unterm Fenster direkt. Die sind beide Kids, du Penner! Boah! Uäh! Uäh! Nice, 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 nice. Lalalala. Schucht. Molli schaut. Direkt mein Molli ausgemacht. Ach so, okay. Einer Stairs Down. Einer ist, oh, noch im Jungle drin. Mann, wer springt da rum? Ja, verleckt da. Ich verleckte euch einfach. Oh, top. Mient jetzt auch noch, oder was? Ah! Gehst du aus, Werner? Ich komm nach. Da ist, down by City. Ja. Ich bin unter. Behind, behind kommt was. Na, geil, Mann. Nice. Süßel! Guck mal rein, was so geht. Mitte steht's. Nice. Bombe ist ziemlich weit hinten die Jungs, ne? Die habt ihr ja echt. Keiner hat behind, ich guck behind. Das sind zwei, die save beide CP. Nice. Sehr schön. Können wir angehen? Können wir machen, ja. Komm über die Mitte dann. Oh, nice. Ander, 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 Ander. Flasch lila raus. Ander ist weg, ich komm. Ich molly direkt oben Window rein. Ach so, okay. Double. Double hält besser. Short, 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 short. Na rein, Ander. Kannst du dich auch mitnehmen hinter dir? Natürlich, natürlich. Boah, gute Ansage. Ich hätte echt gedacht, dass der von Short kommt. Wir haben noch zwei Smokes geschmissen. Ich leg dir, bitte. HALF! Jeden Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr und Freitags ab 22 Uhr Livestream mit Giveaways und Viewer Games. Und jetzt diskutieren wir weiter. Ich leg für CT. Könnt ihr bitte save spielen? Könnt ihr bitte save spielen? Ich flashe den Connector rein. Komm, mach ich die schön Köfte spieß jetzt. Okay, Köfte, komm, Köfte Land. Oh, CT. Das ist nicht safe, Christ, das ist nicht safe. Wo soll ich mich hinstellen, ohne über Short zu kommen? Ich decoy den mal. Er fackelt mich, glaube ich, ab. Griff mich aber nicht. Er weiß auf jeden Fall, wo ich stehe. Er rennt weg. Nice, Yakuza. Ich habe hier eine Smoke für... Oh, Blau ist nicht da. 2 pushen, 3 pushen anders. Ja, lass uns auf A gehen. Lass uns wieder A gehen. Nimmst die Bombe mit Blau WG A. 2 sogar online, glaube ich. Anders Jungle gerade raus. Kommst du Darky? Einer ist weg. Rot, rot, rot. Oh, ja, okay. Das habe ich dich mitgehört. Kannst du den Loskop bitte nicht reinschneiden, okay. So nicht, mein Junge. Wieder auf dem Van drauf, glaube ich. Oh, nice. Shot. Nein. Ach. Einer raus bei uns. T-Stairs. Der hat sich gefressen. Ist weg. Das war doch der Level 10 der Justice, oder? Pfff. Das habt ihr. Nice. Ich gehe ans Fensterchen. Oh, nice. Noch eine Push. Hey. Ich war eben erst da. Ey, was ist das für ein Dreckswichster, Junge? Er kommt reingeflogen mit seiner Mc10, Junge. Ich habe es gesehen. Ich habe eine AWP dabei, dacke. Nein, nein, nein. Du bist nicht, du bist nicht, du bist. Danke, danke. Na ja. Okay. Beide Sides. Ich hasse diese Waffe. Eine. Eine. Smoke oder Flash auf A? Zwei. Von voll reingelegt. Die kommen raus. Die sind draußen. Oben ist Down. Oh shit. Einer low. Nice. Ist weg. Ey, der ist schon durch. Wie viel? Keine Ahnung. Oh oh. Der ist noch nicht hochgeübt. Hätte ich doch gehört. Er war echt in Kitschen. Was macht der denn? Er ist einfach Marathonläufer. Geht einfach eine Runde kochen. Wahnsinn. Ich habe noch ein bisschen auf A. Nice. Ah, Bombe ist bei euch, oder? Ja. Nice. 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 Mitze! 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 Mitze!